Prinz William bricht Trauerfeier in letzter Minute aus persönlichen Gründen ab.Prinz William sollte heute bei der Gedenkfeier für König Konstantin auf Schloss Windsor eine Lesung halten. Prinz William hat sich aus persönlichen Gründen von einer Gedenkfeier für den verstorbenen König Konstantin von Griechenland zurückgezogen. Der Prinz von Wales sollte bei der Veranstaltung eine Lesung halten.Der Dank Gottesdienst findet heute Morgen auf Schloss Windsor statt. Königin Camilla führt Mitglieder der königlichen Familie bei der Veranstaltung an, da König Charles aufgrund seiner laufenden Krebsbehandlung nicht teilnehmen kann. Kensington Palace wollte nicht näher darauf eingehen, sagte jedoch, dass es der Prinzessin von Wales, die sich gerade von einer Bauchoperation erholt, weiterhin gut gehe. Der Prinz von Wales rief die griechische Königsfamilie an, die an dem Gottesdienst teilnahm, um ihnen mitzuteilen, dass er nicht teilnehmen konnte. Der Verstorbene König Konstantin von Griechenland, der im Januar letzten Jahres starb, war Williams Pate. Charles, der wegen Krebs behandelt wird, wird den Gottesdienst in der St. George Chapel auf Schloss Windsor zu Ehren seines engen Freundes und Cousins Zweiten Grades Konstantin II. Des ehemaligen Herrschers und letzten Königs von Griechenland, verpassen Punkt der König, bei dem Anfang des Monats eine unbekannte Form von Krebs diagnostiziert wurde, nimmt während seiner Behandlung keine öffentlichen Aufgaben wahr. Konstantin war ein Cousin Ersten Grades und Segelpartner des verstorbenen Herzogs von Edinburgh und starb im Januar letzten Jahres im Alter von 82 Jahren, Jahrzehnte nachdem er durch einen Militärputsch vom Thron gestürzt worden war. Der König verband eine enge Freundschaft mit Konstantin und wählte ihn zum Paten für seinen Sohn William, den heutigen Prinzen von Wales. Der ehemalige König war auch Pate der Tochter des Prinzen und der Prinzessin von Michael von Kent, Lady Gabriella Kingston. Der ehemalige König war auch Pate der Tochter des Prinzen und der Prinzen von